Das Thema heute Ganze Zahlen Folge 6 Minus mal Minus ist Plus Dieses Video ist für alle, die die Rechenregel Minuszahl mal Minuszahl ist Pluszahl einfach hirnrissig finden. Es gibt durchaus gute Gründe gegen diese Rechenregel, aber noch bessere dafür. Wetten? Die folgende Lisa-Geschichte liefert uns einen passenden Sachverhalt. Seit dem 16. Mai führt Lisa den Schnuffi täglich aus und bekommt dafür jedes Mal 5 Euro. Lisa spart das Geld. Die Frage lautet, wie viel Geld besitzt Lisa an welchem Tag? Und die Antwort, am 16. Mai besitzt Lisa 5 Euro, am 17. Mai 10 Euro und so weiter. Jeden Tag 5 Euro mehr. Und wenn wir jedes Kalenderdatum durch eine Nummer ersetzen, beginnend mit dem 16. Mai als Tag Nummer 1, dann können wir die Frage sogar durch eine Formel beantworten. Denn am Tag 1 hat Lisa einmal 5 Euro, am Tag 2 zweimal 5 Euro und so weiter. Und zum Beispiel am Tag 23 23 mal 5 Euro. Kurz, die 5 Euro werden immer mit der Nummer des Tages vervielfacht, sodass man mit dieser Formel immer berechnen kann, wie viel Geld Lisa gerade besitzt. Nun verrät uns Lisa aber, dass sie den Schnuffi schon seit dem 12. Mai täglich ausführt. Lisa hatte nämlich vorher 20 Euro Schulden, besaß also minus 20 Euro. Und die täglichen 5 Euro für Schnuffi lösten erstmal Schritt für Schritt diese Schulden auf. Am 15. Mai besitzt sie 0 Euro. Tja, und dann geht es nahtlos weiter mit der alten Lisa-Geschichte, sodass die zwei Teile zusammen eine einzige Geschichte bilden. Von Lisa, die ganz stetig die 5-Euro-Treppe hinaufsteigt. Nun brauchen die dazugekommenen Tage natürlich auch ihre Nummern. Und da passt es gut, dass wir gerade die Minuszahlen kennengelernt haben. Mit ihnen können wir nämlich die Folge der natürlichen Zahlen ganz einfach nach links erweitern, sodass die neuen Tage die Nummern 0, minus 1, minus 2, minus 3 und minus 4 bekommen. Und Sinn macht das auch. Während zum Beispiel Tag 3 der Tag drei Tage nach Tag 0 ist, wäre Tag minus 3 der Tag drei Tage vor Tag 0. Die Rechnungen an den Minustagen sagt uns die Formel an, nämlich 0 mal 5 Euro, minus 1 mal 5 Euro und so weiter. Witzigerweise aber stehen die Ergebnisse dieser Rechnungen schon da, sodass wir unbedingt prüfen müssen, ob jede Rechnung und ihr Ergebnis überhaupt zusammenpassen. Am Tag 0 lautet die Rechnung 0 mal 5 Euro. Das passt zum Ergebnis 0 Euro. Aber an den anderen Tagen? Schauen wir uns mal den Tag minus 3 genauer an. Da rechnen wir minus 3 mal 5 Euro. Da vervielfachen wir 5 Euro mit minus 3. Wir verminus dreifachen die 5 Euro sozusagen. Das hast du noch nie gehört. Dieses Wort gibt es nämlich gar nicht. Und warum nicht? Weil es keine konkrete Aktion gibt, bei der etwas verminus dreifacht wird. Unterscheide die Aufgabe gut von 3 mal minus 5 Euro. Da werden 5 Euro Schulden verdreifacht. Verdreifachen auch von Minuszahlen ist kein Problem. Aber eine Verminus dreifachung können wir uns absolut nicht vorstellen. Mit der Folge, dass wir keine Ahnung haben, ob minus 15 Euro das richtige Ergebnis dazu ist. Tja, und jetzt? Ich mach mal zwei Vorschläge. Der erste? Ganz einfach. Verminus dreifachen gibt es nicht, also rechnen wir das auch nicht und sagen, minus 3 mal 5 Euro hat kein Ergebnis. Aus. Und wir schneiden den linken Ast der Lisa-Geschichte weg. Vorschlag 2. Ganz einfach. Alle Rechnungen und Ergebnisse aus der Lisa-Geschichte übernehmen. Ich sage auch warum. Der rechte Ast der Lisa-Geschichte ist doch völlig okay. Da ist doch alles genau so, wie wir uns das vorstellen. Und der linke Ast setzt die Rechnungen und Ergebnisse des rechten Astes doch einfach nur ganz schematisch fort und passt dadurch perfekt zum rechten Ast. Für mich ist deshalb die Lisa-Geschichte ein Modell, eine Vorlage, die zeigt, wie das für minus dreifachen mathematisch funktionieren könnte. Klar, vorstellen kann man sich das für minus dreifachen dadurch immer noch nicht. Aber das kann doch auch nicht das Wichtigste sein. Ich wette, wenn du zum Beispiel 926 mal 374 rechnest, dann stellst du dir auch nichts vor, obwohl es möglich wäre. Du rechnest einfach nach den Regeln der schriftlichen Multiplikation und weißt, dass das zuverlässig funktioniert. Aber welcher Vorschlag ist jetzt der richtige? Hm, richtig oder falsch passt hier nicht, denn keiner der Vorschläge ist falsch. Vorschlag 1 allerdings ist der ältere und wurde für etwa 150 Jahren durch Vorschlag 2 abgelöst. Die zwei Vorschläge zeigen also, wie sich mathematisches Denken im Laufe der Zeit entwickelt und verändert hat. Früher wollte man Rechenregeln immer nur aus konkreten Aktionen ableiten. Jedoch seit einer wissenschaftlichen Arbeit des Mathematikers Hermann Hankel entstand eine neue Sichtweise, die dem Vorschlag 2 entspricht. Zahlen gelten seitdem als eigenständige Denkobjekte, die an konkrete Aktionen gebunden sein können, aber nicht müssen. Zahlen als eigenständige Denkobjekte? Stell dir das vielleicht so vor. Im täglichen Leben begegnen dir Zahlen in konkreten Sachverhalten. Jetzt ziehst du die Zahlen aus den konkreten Sachverhalten weg mit einem Fremdwort, du abstrahierst sie von konkreten Sachverhalten. Sie sind dann abstrakte Zahlen, losgelöst von jeder konkreten Aktion. Abstrakte eigenständige Denkobjekte eben. Das macht vieles einfacher und das ist dir auch durchaus vertraut. Rechnest du nämlich 25 Gummibärchen plus 17 Gummibärchen. Dann abstrahierst du erstmal die Rechnung 25 plus 17 von den Gummibärchen. Jetzt rechnest du abstrakt. 25 plus 17 ist 42 und schiebst die 42 wieder zurück zu den Gummibärchen. Du kannst also Zahlen auch ohne konkreten Sachverhalt denken. Und mit abstrakten Zahlen gibt es jetzt aber gar keinen Grund mehr, das für minus dreifachen einfach zu verbieten. Stattdessen testet man an einem passenden Rechenmodell wie der Lisa-Geschichte, wie das für minus dreifachen mathematisch funktionieren könnte. Die Lisa-Geschichte zeigt an, dass zu minus 3 mal 5 nur das Ergebnis minus 15 passt. Deshalb legt man jetzt fest, dass das Vervielfachen mit einer Minuszahl immer so funktionieren soll und formuliert die Rechenregel Minuszahl mal Pluszahl ist Minuszahl. Okay, wenn man aber 5 bzw. Plus 5 mathematisch verminus dreifachen kann, dann sollte es auch ein Ergebnis für minus 3 mal minus 5 geben. Möglicherweise sagst du, ist doch klar, wenn die Verminus-Dreifachung von Plus 5 das Ergebnis Minus 15 hat, dann muss sinnvollerweise die Verminus-Dreifachung von Minus 5 das Ergebnis Plus 15 haben. Das ist einleuchtend. Aber für alle, die es gern anschaulich haben, noch kurz die Toni-Geschichte. Der Toni macht genau das Gegenteil von Lisa. Am Tag minus 4 hat er 20 Euro Guthaben. Und da er täglich 5 Euro ausgibt, besitzt er jeden Tag 5 Euro weniger. Toni steigt also die minus 5 Euro Treppe hinab. Die Rechenformel für Toni heißt deshalb Tagesnummer mal minus 5 Euro. Am Tag minus 3 ergibt sich dadurch die Rechnung minus 3 mal minus 5 Euro und als Ergebnis 15 Euro. Na klar, wenn Toni am Tag 0 pleite war, muss er drei Tage vor Tag 0 15 Euro besessen haben. Plus 15 Euro also. Deshalb wird für minus 3 mal minus 5, wie erwartet das Ergebnis plus 15 festgelegt. Und als Rechenregel wird formuliert, Minuszahl mal Minuszahl ist Pluszahl. Tja, aus der hirnrissigen Rechenregel ist also eine durch kluge Überlegungen festgelegte Rechenregel geworden. Und das ist typisch für die neuere Mathematik, die dort, wo das Konkrete an Grenzen stößt, abstrakte Rechenregeln sinnvoll festlegt. Mit diesen beiden festgelegten Rechenregeln konnte man nun mit Plus- und Minuszahlen genauso rechnen, wie vorher nur mit natürlichen Zahlen. Und das war ein Riesenerfolg. Viele neue mathematische Ideen wurden ermöglicht und niemand wollte wieder zurück zum Zwang der konkreten Aktion. Deshalb solltest auch du selbst jetzt eine neue Sichtweise auf die Mathematik gewinnen, indem du beide Rechenregeln akzeptierst. Betrachte es doch wie ein Spiel mit unseren beiden Rechenregeln als Spielregeln. Wenn du mitspielen willst, musst du die Spielregeln akzeptieren, auch wenn du sie anfangs vielleicht hirnrissig findest. Aber verlass dich auf deine eigene Erfahrung. Je häufiger du ein Spiel spielst, umso plausibler werden dir die Regeln und dann macht es richtig Spaß. Zum Schluss noch ein Tipp. Wenn man sich beim Verminus-Dreifachen auch nichts Konkretes vorstellen kann, so darf man sich doch ein eigenes Bild machen, wie das funktioniert. Ich selber stelle mir das so vor. Beim Verminus-Dreifachen wirkt das Minus wie ein Zauberstab, der alles ins Gegenteil verwandelt. Anschließend wird normal verdreifacht. Also Gegenteil verdreifacht, Gegenzahl verdreifacht, Gegenteil verdreifacht, Gegenzahl verdreifacht. Das war's zum Thema ganze Zahlen. Hier noch ein Überblick über alle Videos zum Thema. Das war's zum Thema.